Wannst du sowas? Oh Mann! Meine Pfeile! Achso, hier, deine Pickaxe ist deine Ironie-Pickaxe. Was will ich mit Fackeln? Wie weit machen wir das Ding jetzt hier runter? Ganz runter? Ich sammle mal meinen ganzen Brick ein, damit ich den später zu Dingens brennen kann. Ich glaube, ich habe einen Pikmin getroffen. Weiß ich nicht. Das dachte ich auch gerade. Aber wenn ich eigentlich dachte, wir benutzen nur ein TNT... Ja. And it makes much more fun. So... Alter, diese Pikmin-Nerven. Habe ich dir erlaubt, mit einem davon eine reinzuschlagen? Hey, du auch? Ich dachte gerade, ich würde zu einem geschlagen. Haben wir irgendwo hier eine Truhe, die leer ist? Und 16. Dann, let's make mal eine große Truhe extra für den Kappler-Store. Wenn's ihm dort Spaß macht, lass ihn doch. Dann nicht. Dann muss er nun leider weichen. Was habe ich jetzt gerade aufgehoben? Achso, hier, Kappelstöne. Brauche ich auch keiner. Ah, fail. Ah, alter. Ich bin heute nicht bei der Arbeit. Für was denn? Für was denn? Was willst du denn kraften? Ach, das kann man später noch machen. Ich buddel mir jetzt mal da nochmal hoch, damit das da oben noch ein bisschen... Ich verstehe deine Versuche. Wenn du was versuchst, zieht das immer danach so aus, als... Keine Ahnung was. Dahingeschissen? Hier ist immer eine Höhle in der Nähe. So. Und dann hier nicht runterfallen. Dahinten ist wieder irgendwo so ein beschissener Ghast. Hey, theoretisch könnte ich noch Witze drüber machen. Noch ist Faschingszeit. Okay. Alter, unser Turm sieht irgendwie so ein bisschen aus, wie so ein zweiter Weltkriegsbunker. Aus solidem Minecrofter Cobblestone. Nein, Cobblestone. Meinetwegen Bruchstein. Wieso mache ich das eigentlich so? Ich kann es mir natürlich auch einfach machen. Das wäre jetzt vielleicht zu einfachster. Das wäre jetzt vielleicht zu einfachster. Moment. Und... Jetzt gerade nicht. Ja, am 28. Immerhin... Ey, immerhin ein Deutscher, der weiß, wann Zeit ist aufzugeben. War das knapp? Könnte knapp dran vorbei gewesen sein am Gesicht. Und? Was ist das Problem an dir? Oder ist der Flick zwischen die Luft? Ja. Haha. Haha. Zu spät. Eingefügt. So. Kann ich hier noch einmal? Nein. Da kann ich nicht noch einmal runter. Da. Haben wir noch Gunpowder oder sowas? Weil uns geht das TNT aus. Es waren nur 25, jetzt gleich drauf gehen. Okay. Noch zwei. Jupp. Ich habe nur gedacht, wir gehen nächstes Mal mit dem Verein mit. Weißt du, was das Problem jetzt gerade ist? Erstens, ich werde gerade von einem Gas beschossen. Zweitens, so habe ich das andere TNT hingesetzt. Ich hab ihn mit seiner eigenen Perle, äh, mit seiner eigene Kugel abgeschossen. Das ist gut. Gut, dann lot's mich da jetzt gleich schon mal hin, wenn ich wieder aus dem Loch rauskomme. Scheiße, solche feuchten Löchter. Ja, da war es so ein feuchtes Loch, in das ich reingefallen bin. Doch, jetzt. So, okay. Do you see me? Oder can you see me hier so, ne? Ach doch, ich hab's gefunden. Was war das Letzte? Ja, es ist irgendwo ein Slime in der Nähe. Blub, 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 blub. Dö, 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 dö. So. Sehr gut, dann machen wir's halt so, fertig. Wie schaut's denn so aus bei dir? So ein bisschen, ein bisschen, ne? Kann man mal sagen, wieso ich hier das Ganze weggesprengt hab, wenn du eh woanders eine Festung baust? So. Ich sammle jetzt hier mal meinen ganzen, wunderschönen Brick ein. Richtig, das ist jetzt die P-Stein. Ich hab' den Namen wieder vergessen gehabt, deshalb. Und weil die Map sonst unnötig größer wird. Ach ja, jetzt fällt alles noch ein, so. Du, 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 du. Ich will ja nichts sagen, aber der Berg hier sieht ein bisschen versprengt aus. Oh doch, den können wir so nicht lassen. Ich glaub, den müssen wir ganz abbauen. Fängst du schon mal an? Naja, ich hab' die Seite hier mal ein bisschen gerettet von, von der Burg aus. Sie sieht jetzt nur noch halb so versprengt aus. Okay. Reloading. Ah ja, es geht's. So schlimm sieht der Berg jetzt auch wieder nicht aus. Oh, okay, doch, tut ja. Leicht vernarbt das Ganze. So, jetzt ist es nur noch halb so schlimm. Oder musst du dich mal begucken, sieht doch nicht mehr so schlimm aus. Runter von der Droh, du Mistteil. Ja, gell. Weißt du, was noch viele Wunder schöner ist? Ja. Wenn's ihm doch Spaß macht. Das musst du verstehen. Wieso kann man im Nähter jetzt keine Bäume mehr setzen? Ich hab' keine. Ah, okay, danke. Ich hätt' jetzt wieder überall gesucht. Dann updaten ich jedes Mal den Server. Sonst krieg' ich auch wieder jedes Mal, oh, Diamonds Founding, äh, Get Diamonds, so. So wird ein Schuh draus. Ey, das wird ja schön. Pistisch. So. Ja, das sind Bäume. Ja, guck da, ne? Dat sind Bäume, die kannst du fällen. Ab 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 6, MOR. Vielen Dank.